Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schömer, Patron, Vorbeziehungscoach und so weiter und so fort. Nächstes mein Videoblog, freue mich natürlich über ein Abo oder vielleicht auch eine Kanalmitgliedschaft und vielleicht sehen wir uns bei einer Lesung, findet ihr auch auf liebeschiff.de gleich oben in verschiedenen Städten. Wir sind jetzt auch hart an Wien dran, ich kann es nur noch nicht final bestätigen, aber es sieht sehr gut aus, dass wir auch nach Wien kommen werden mit unserer, wie soll ich mal sagen, Event-Lesung. Und genau, heute geht es um das Thema Polaritäten, sondern ja, in so den Wildwassern, sage ich mal, wenn man sowohl auf Männer als auch auf Frauen steht und ja, wie ist das dann mit der Polarität? Ich freue mich da wirklich sehr, wenn ihr selber so bi, queer, sonst was seid, wie ihr Polaris, Thema Polarität erlebt, fühle ich mich sehr über Geschichten, kann ich, könnte ich noch ein bisschen Input gebrauchen, könnt ihr alles über ein Formular auf liebeschiff.de schicken. Ja, mein Name ist Nikatschkula und genau, herzlichen Dank für deine Arbeit, seit Mai verfolge ich deine Videos, habe auch all deine Bücher gelesen. Sehr löblich, sehr löblich. Modul 1 abgeschlossen, einige kurz gekauft und freue mich auf dein kommendes Polaritätsbuch. Hoffentlich wird da auf die Polarität zwischen gleichgeschlechtlichen Beziehungen eingegangen. Ja, ich habe schon ein bisschen was geschrieben, aber wie gesagt, da könnte ich mehr Input gebrauchen. Es gibt da ja durchaus so Beschreibungen, was weiß ich, Butch, Femme oder bei Männern Top-Down, Aktiv-Passiv. Also, ich versuche mich da schon, auch mit Leuten zu reden und so und würde auch nicht sagen, dass diese Konzepte so absolut deckungsgleich sind mit Polarität. Aber gut, lesen wir erstmal hier weiter. Ich bin eine über 20-jährige Frau, muss auf mehrmonatige, hochtoxische Beziehungen zu einem Mann, mit On-Off-Freundschaft-Flussphasen, ja, nicht kompatibel, kann ich zu 100 Prozent überschreiben und grenzüberschreitende Konditionsleitergänge eine Beziehungserfahrung sammeln. Um diese schwierige Beziehungserfahrung zu verarbeiten, mache ich seit anderthalb Jahren Therapie. Die hilft mir zwar, mir etwas zu stabilisieren, Aha-Erlebnisse und mittlere Erkenntnisse habe ich erst durch seinen Content erhalten. So habe ich meine Co-Abhängigen, Pluspoligen oder auch versteckten bildungsängstigen Tendenzen erkannt und arbeite an mir, um in meine Mitte zu kommen. Die entsprechende Standard-Diräcker-Liste aus Modul 1 und sich auch, abseits des Datings, so habe ich in meinem Freundesbekanntenkreis ausgemistet. Dies erzählt nur noch zwei langjährige Freundinnen, die ich seit bald 20 Jahren kenne. Wow, schon aus dem Sandkasten wahrscheinlich. Falls es den Wort noch gab in eurer Generation, weiß ich gar nicht. Mit Ego, Spielchen, Unverbindlichkeit und toxischen Müssen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Dafür investiere ich Zeit in den Aufbau meines nice-geilen Lebens, bin seit zwei Monaten am Sportverein, mache viel Yoga, meditiere, verbringe Zeiten in der Natur, versuche berufliche Ziele zu verfolgen. Trotzdem befinde ich mich in der Wüste. Hätte gerne mehr soziale Kontakte, Freundschaften. Das sind aber auch schwierige Zeiten gerade. Ich weiß nicht, irgendwie sind die Leute alle so komisch drauf. Ich weiß nicht, jetzt erst diese ganzen Krisen, Corona und jetzt der ganze andere Kram danach. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich euch das aussage, ich habe das Gefühl, die Leute sind einfach durch die Bank, viele seltsam, ziehen sich zurück. Und ich mache es auch nicht, ist echt schwierig. Viele Menschen können nur nehmen, haben kein Interesse an tiefgründigen Freundschaften. Ja, das Gefühl habe ich auch oft, kann ich total, fühle ich total. Leben und ihre Online-Scheinwelte sind nur auf Ego gedacht. Ja, also dieser Satz könnte wirklich eins zu eins zu mir sein. Ich weiß nicht, ob ich das mehr wahrnehme als früher oder ob es wirklich mehr ist, aber ich erlebe so viel, also wenn ich, ich habe auch irgendwie so einen Ego-Detektor und der so, boah, Ego, 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 Ego. Und habe ich ja schon in anderen Videos mal gesagt und leider fällt es mir schwer, da so einen nachsichtigen Blick drauf zu gucken, sondern es fuckt mich einfach nur ab. Was nicht heißt, dass ich jetzt kein Ego hätte, aber ich kann es so feststellen, dass es mich bei anderen, wenn die so komplett ins Ego gehen und dass ich ganz viel, gerade auf Social Media, dass mich das super abfuckt und dann bleibt ja auch nicht mehr viel übrig, ne. Das ist echt ein Problem, ne. So, mein einiges Problem, ich stehe auch auf Frauen und wünsche mir schon seit mehreren Jahren eine monogame Beziehung mit einer Frau. Da ich eher feminin und deswegen in die Hetero-Schublade gesteckt werde, wirke, auch auf den femininen Typ Frau stehe und mich in der weiblichen Polarität am wohlsten fühle, ist das Dating von Frau zu Frau bisher nicht zufriedenstellend. Ja, da haben wir schon genau diese Sachen, das Hauptklop, man nennt das dann manchmal so Femme, ne, feminine, lesbische Typ. Aber das, ich, bevor hier wieder alle explodieren in den Kommentaren, ja, ich weiß, das hat viele andere Aspekte auch noch, wie man sich anzieht, schminkt und ich weiß nicht was, aber wir tasten uns hier mal so ein bisschen ran. Also meine These ist jetzt, ob Hetero-Beziehung oder eine Beziehung zu einer Frau braucht es für, dass der Funkus überspringt, braucht es Polarität und braucht es auch eine unterschiedliche Polarität. Das heißt jetzt nicht, dass man immer an dieser einen Polarität sein muss, überhaupt nicht. Aber das ist so meine These. Das heißt, wenn du jetzt sagst, wow, ich fühle mich voll wohl in einer weiblichen Polarität und date es auch eine Frau, die sich wohl fühlt in ihrer weiblichen Polarität, das wäre jetzt genau, wo ich die These hätte. Ich kann dir jetzt nicht belegen, da gibt es einfach noch nicht viel zu. Das könnt ihr auch mal andere, die sich so da bewegen in dem Feld, vielleicht mal sagen, wie sie das sehen. Ja, denke ich, da wird keine Spannung entstehen. Jetzt die große Frage, was ist überhaupt deine, also gesagt nur, dass man sich vielleicht gern feminin gibt, was weiß ich, wie man sich kleidet, schwingt, keine Ahnung. Heißt das nicht unbedingt, dass man auch wirklich so einer femininen Polarität ist? Also du kannst so eine nach außen feminine Frau sein und trotzdem vom ganzen Vibe her und wie du datest, so in einer, sagen wir mal in diesem Fall in einer Young-Polarität, also männliche Young, wie auch immer ihr es nennen wollt, sein. Also das ist durchaus möglich und umgekehrt natürlich auch. Gut, also da ist schon mal ein Problem, denke ich. So habe ich auch Frauen angesprochen und den ersten Schritt gemacht und eine Handvoll Frauen zu Dates getroffen. Allerdings kommt immer derselbe Mux raus. Ich mache die ganze Arbeit, es entsteht keine Chemie, sondern eher ein freundschaftliches Gefühl. Und die Lust, die Frau weiter kennenlernen zu lernen, schwindet. Ja, in meinem Weltbild würde ich jetzt sagen, ja, das ist genau das Problem. Du bist in einer weiblichen Polarität und in einer weiblichen Polarität passiert genau das. Du sprichst, du solltest eigentlich keine, also du solltest angesprochen werden durch dann Frauen, die sich zumindest in diesem Moment dann in dieser Young-Polarität befinden und auf dich zugehen und dich ansprechen. Und dann kommt da, würde da wahrscheinlich mehr dabei rauskommen. Das wäre so meine These, ne, bis jetzt. Und ich denke, dass es daran liegt, so, ne. Also könnte ein Aspekt sein, so, ne. Also da wäre mal da zu warten, wenn du dich da an entsprechenden, wie soll ich mal, Bubbles bewegst, wo das möglich ist, dass du mal guckst, dass du vielleicht mal angesprochen wirst. Das wäre vielleicht, also auch dann aus dem Datingkurs für Frauen, auch mit Frauen, die Sachen machst, die da drinstehen, auf dich aufmerksam machen, sich ansprechbar machen. Das würde ich dir da so raten, ne. Online-Dating war ebenfalls für die Tonne. Wie kann ich als Frau in der weiblichen Polarität andere Frauen daten, sodass Chemiekompatibilität und Polarität im Einklang sind? Ja, wie gesagt, du müsstest dir dann offensichtlich, bist du ja wirklich gerne in der weiblichen Polarität, müsstest dir dann jemanden suchen. Eine Frau, die eher dieses, diese Young-Polarität, sag ich mal, bedient, ne. Ja, das wäre so meine These. Aber finde ich total gut, dass du dich da ausprobierst. Sehr gut. Und da muss man natürlich immer auch gucken, ja, vielleicht bist du auch in so einer Findungsphase, was willst du eigentlich wirklich? Und auch immer wieder zu hinterfragen, also wenn irgendwas gar nicht klappt, auch mal zu hinterfragen, ist es wirklich das, was ich will oder was meine Seele will? Das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Auf Dating-Apps und, ne, doch in der, auch in der Szene und im Real Life bin ich mit meiner Art irgendwie nicht gefragt. Ja, also da ich wenig überraschend nicht Teil dieser Szenen bin, ja, ich freue mich, wenn ihr dazu kommentiert, wenn ihr was zu sagen könnt. Aber ich würde sowas auf jeden Fall nicht vorschnell sagen, dass man jetzt so gar nicht gefragt ist. Also, ja. Also, das ist so ein Satz, dem würde ich mir nicht zu viel sagen, so, sag ich mal. Das könnte auch, nicht, dass du dich da so selber schlecht redest, so. Wenn ich auf irgendeine interessante Frau stoße, ist sie mit einem Mann zusammen. Ja, wir könnten natürlich jetzt noch diese Ebene, vielleicht passive Bindungsangst mit reinbringen, aber, ja, gibt es ja genug Videos, kannst du auch nochmal gucken. Wenn ich Männer gedatet habe, entstand aufgrund der männlichen Polarität des Dating-Partners, aber auch meines kaputten Liebeschips und Steigeruch immer rasch eine Chemie. Ja, also, man kann ja polar daten und trotzdem muss man sich nicht auf dem alten Liebeschip bewegen, aber das verstärkt ein bisschen, was ich eben gesagt habe. Bei Frauen im Dating erlebe ich hingegen oft viel Kompatibilität, geht auch keine Chemie und ich merke, dass ich mich nicht mehr in meiner weiblichen Polarität bin. Das ist mir aber wichtig, da ich mir in einer Beziehung fallen lassen möchte, man nicht verstellen will. Ich wünsche mir einfach eine feminine Frau. Ja, aber die müsste, wie gesagt, ich denke, also, das gibt es auch, die müsste trotzdem eher so diesen Young-Vibe haben, so, ne. Mit beiden Leiden, Beinen im Leben stehen, warmert sich offen, unternehmenslustig, die man eine gesunde und glückliche Beziehung gestalten möchte. Ja, gut, ich mag es ja ungern immer wieder sagen, aber es geht immer, der Ursprung ist immer von innen, wir suchen uns immer jemanden, der uns von außen retten soll, aber dann kommt genau die Person, da können wir nichts mit der anfangen. Also, sicherlich gute Idee, einfach weiter von innen raus zu arbeiten, ne. Ja. So, dann kommen viele Grüße aus der Schweiz. Lesung in der Schweiz würde ich sehr begrüßen. Ja, wir haben jetzt tatsächlich, glaube ich, was in Wien gefunden. Wie gesagt, da müssen wir nur noch so festklopfen und ja, vielleicht, wir haben jetzt auch irgendwie so einen anderen Suchmodus, da kommen wir dann doch mal zu Locations. Vielleicht gucken wir dann in der Schweiz mal, vielleicht können die Schweizer, die das Video gucken, mal drunter schreiben, welche Stadt denn vielleicht am geeignetsten wäre. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Ciao. их Video. Da. 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 Bis zum nächsten Mal.